Also, Alice, ich... Oh, das wird was Ernstes. Ja, ich weiß, du würdest wirklich gern mein Partner sein. Und ich hätte auch nichts dagegen, aber Riva hat vorgestern Harry und mich überredet, dass wir von jetzt an für die Israelis arbeiten. Du weißt schon, die Jungs da unten. Die Jungs da unten. Natürlich nur unter der Bedingung, dass ich Hebräer werde. Ich hab meine Erstkommunion, oder wie das heißt, schon morgen. Harry und ich, wir fliegen nach Tel Aviv und von da aus in ein Trainingscamp zum Kamel reiten. Verstehst du? Die armen Tiere. Ja, das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, ich kann kein Wort Hebräisch. Glaubst du, die Kamele können Hebräisch? Ja.